Ich war im Tempel. Ich hab alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das montert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Ja, Leute. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fogware 3. Immer noch mit mir, der Lisa. Nicht stimmt, Steve. Ja. Ähm. Wir sind mittlerweile auf der zweiten Insel. Für diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Haben so wie ich sehe auch schon einiges freigeschalten. Und schon da hin. Okay. Jetzt bin ich am überlegen. Nochmal erstmal hier oben die Nebenquests. Und die Kisten sammeln wir nicht. Und trotzdem einen wunderschönen Dank an den lieben Marcel, der mir gesagt hat, dass diese hessische Kiste in der Höhle ist. Die ich nicht gefunden hab. Recht herzlichen Dank und natürlich auch schöne Grüße. Wer hätte es gedacht. Ja, die vergesst euch nicht. Also. Ja. Ich werde die Kisten trotzdem nicht sammeln. Also. Ja. Ja, Steve. Spack rum. Falsche Richtung. Darum. Ja, komm. Ist okay. Bräumig rum. Du siehst aus, als wolltest du schießen und würdest kein Ziel finden. Das war bisher noch die seltsamste Begrüßung. Sito. Ich adoptiere verlorene Weiß und gebe ihnen Jobs. Hättest die letzten vier sehen sollen, La. Siehst du, wo ich stehe? Näher gehe ich an die Insel auf keinen Fall ran. Nicht gesund da. Aber ich bräuchte ein paar Dinge, die du mir mitbringen könntest. Und wann kommt das Schießen? Haha, wie du willst, La. Als die Piraten mein Boot zerstörten, klauten sie mir einige wertvolle Dinge. Drei davon will ich zurück. Ich kenne die Typen. Ich weiß, wo sie sind. Ich zeig's dir. Der erste Typ ist immer voll. Du könntest ihm die Uhr meines Vaters aus dem Arsch ziehen und er wacht nicht auf. Aber keine Sorge, sie ist nicht in seinem Arsch. Der nächste Typ, der spielt. Hängt immer bei den Pokerspielern. Er hat die Halskette von meiner Mama. Der dritte Typ, der ist übel. Achte auf ihn. Er hat mein Glücksbringer-Messer. Es hat einen Griff aus Rosenholz. Und der Etiore tötet damit. Ich schau mal, ob ich die Sachen finde. Viel Glück. La. Ach ja. So. Und jetzt alles dahinter. Okay. Um so frumm zu heulen. Ich finde, das ist so kacke, ey. Also hier hat die Rüstung. Hey, willst du was kaufen? Sehr billig. Gute Qualität. Hast du eine Halskette zu verkaufen? Du hast sie von einem Boot. Vielleicht. Ist aber sehr teuer. Klar. Sag mir den Preis. Zu viel. Wir machen einen Handel. Kannst du pokern? Die Typen da drin. Alles Haie. Die haben mein Geld. Ich will mich an denen rächen. Wie? Ich will meine 300 Dollar zurück. Ich will, dass sie leiden. Lass du sie leiden. Dann gebe ich dir die alte Kette. Wahnsinnig toll. Habe ich schon mal, wenn das ich nicht pokern kann? Wahnsinn. Hey, Junge, komm spielen. Wir lassen dich gewinnen. Oh, ne. Ach, komm. Ich gehe mit. Ich werde mitgehen. Check. Ich checke. Check. Ach, komm. Einfach mal auf gut Glück. Ich erhöhe. Fault. Ja, komm. Geld haben wir genug. Herr damit. Ich faule. Ich checke. Check. Wahnsinn. So viel Glück habe ich sonst nie. Komm, geh mal die ganze Zeit in den anderen Kuss. Oh, ne. Nee. Nur mal, warte mal. Falsche Tasse. Ich werde mitgehen. Das ist meine Hand. Ich weiß es. Hold. Ich werde mitgehen. Das ist meine Hand. Doch. Oh, hab ich gestattet. Ich checke. Ich checke. Ich checke. Ich checke. Ich werde checken. Ich reise dich. Ich werde mitgehen. Oh, Gott. Ich glaube nicht, dass ich gewonnen habe. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ich erhöhe. Oh Gott, ey. Oh, da haben wir immer ganz viel Spaß. Erhöhe. Da gehe ich mit. Korf. Da gehe ich mit. Ich checke mal. Ich checke mal. Check. Ich checke. Ich checke mal. Ich checke mal. Ich checke. Ich checke mal. Checker. Ich checke mal. Ich checke mal. Ich passe. Ich bin raus. Wahnsinn. Okay. So. Na komm, eine Runde geht noch. Was haben wir denn überhaupt? Das ist ein König. Okay. Nehmen wir noch ein bisschen drauf. So ist das okay. Okay. Mech so. Alles klar. Na ja. Ich kalle. Erhöhe. Call, call, call. Ich werde checken. Ich check mal. Checke. Raise. All in. Ich passe. Ich passe. Erhöhe. Ja, was war das jetzt? Achso. Hört sich okay. Na komm, fick dich, Junge. So wird's gemacht. Komm, mach Eier. Ja komm, überspringen das Bett auch. Das überspringen das nächste Bett auch. Das überspringen auch. Jetzt sehen wir, wie's schneller geht. Ich check mal. Check. Ey, wo das herkam, da ist noch mehr. Ich geh mit. Ich call it. Oh Gott. Verdammt. So klar, ey. Komm zu Papa. Ach ja, komm. Ach ja. 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 Springen. Ich verspringen. Ich verspringen. Ich werde checken. Checker. Das war so klar. Mensch, Alter. Alles klar. Ach komm. Weg damit. Wie läuft's denn? Ich hab's gerade in der Suche zu lange machen. Wiss ich gewinne oder wie? Oh, Mädels, ey. Willst du rein? Komm. Was hab ich denn? Geh mit. Sprenger. Ich check mal. Sprenger. Ich check mal. Gut Glück. Ich check mal. Ja. Alles klar. Alles klar. So. Springt es mal. Wir haben auch auf mit Glück. Ich erhehe. Ich checke. Check. Ich erhehe. Pass. Erhöhe. Call. Checker. Ich check mal. Ach, Mann. Ach, komm, ey. Okay. Na, komm. Was? Was? Ja, okay. Ach, komm. Ich gehe mit und erhöhe. Da gehe ich mit. Ich passe. Passt. Das ist mir ganz einfach mal auf ein Glück. Schorle. Checker. Das könnte ich echt ewig so weitermachen. Ich gehe mit. So, Leute, jetzt ist es noch so eng. Wahnsinn. So viel Glück habe ich sonst nie. Immer noch unter 300, ey. Gut, überspringen wir, überspringen wir. Ja, gut, hat beendet. Perfekt. Überspring das aus, Thelma, bitte. Wir haben ja schon das Jahre Zeit. Erhöhung. Erhöhung. Mach mal hoch. Ich werde mitgehen. Ich passe. Überspringen, checken, überspringen. Mitgehen, überspringen. Mitgehen, überspringen. Ach, Mann. Immer klar. Dann hertz planet, überspringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bien, wir werden auf